Nur Stufe für Stufe kommt man auf einen Turm, um die Übersicht zu gewinnen. Diese Stufen führen uns jeden Tag mindestens dreimal in unseren Gebetsraum hinauf. Sie haben eine Nachricht für uns. Es geht nach oben. Eine Stufe ist eine Konstruktion, um von einer Ebene auf die nächsthöhere zu kommen. Das bedeutet, den Fuß über die Höhe des normalen Dahingehens zu heben. Das passiert, wenn wir die Schwelle des Gebetsraumes überschreiten. Hier haben viele Anliegen Platz, die wir in Freude vor Ort bringen. Für alle, die in dieser Adventszeit Tag für Tag Gott suchen. Für alle, die sich im Dienst an den anderen abmühen. Für die Jugendlichen, die in diesem Schuljahr ihre Matura ablegen. Für die jungen Menschen, die in der neuen Mittelschule ihren Weg fortsetzen. So wie uns Stufe um Stufe nach oben führt, gehen wir Tag für Tag auf Weihnachten zu. Schwester Sigrid, Schwester Vera, Schwester Renate, Schwester Isabella und Schwester Marianna von Graz, Mariengasse, Haus St. Josef, wünschen euch, dass ihr in diesem Advent spirituell von einer Ebene auf die nächsthöhere kommen könnt.